Auf geht's Das war's für heute. Ja, das was wir uns vorgenommen haben, konnten wir heute umsetzen. Wir haben ja gesagt, wir arbeiten hier im Spielaufbau, im taktischen Bereich, dafür sind wir hergefahren, Standardsituation, alles was mit vielen Standzeiten zu tun hat, 11 gegen 0, das konnten wir hier sehr gut auf die Platte bringen, können wir nur dankbar sein, dass wir die Verhältnisse hier haben, heute auch einen guten Gegner gehabt mit einer U19-Mannschaft, von einer Profimannschaft, also im Gänze bin ich zufrieden. Das ist ein Training, das ist die unklare Kabine von der Maske. Musik 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war der Barsch, der Barsch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020